Ihr seid euch unsicher, was einen guten Shisha-Shop ausmacht? Dann habe ich ein paar Tipps und Tricks, wie ihr den hoffentlich für euch richtigen Shisha-Laden finden könnt. Erstmal vorweg, es gibt kein ultimatives Richtig oder Falsch. Jeder hat individuelle Bedürfnisse und wenn ihr einen Laden für euch gefunden habt, der das alles erfüllt, dann ist das wunderbar. Falls ihr euch aber noch unsicher seid, wie ihr überhaupt erkennen könnt, ob das ein gescheiter Laden ist, dann habe ich ein paar Tipps und Tricks, die ich euch jetzt erzählen will. Und auch direkt bei der ersten Kategorie, der Auswahl, ist es halt unglaublich subjektiv. Im Optimalfall hat der Shop natürlich von günstigen bis zu sehr teuren Pfeifen, von 1 Schlauch, 2 Schlauch, vielleicht sogar 3, 4, 6 und sogar 8 Schlauchpfeifen, alles da. In der Realität gibt es die beste Auswahl aber bei 1 Schlauchpfeifen und bei 4 Schlauchpfeifen. Beim Rest wird es schon relativ eng. Aber wenn ein Shop sowohl günstige 1 und 4 Schlauchpfeifen hat, als auch hochwertige und hochpreisige 1 und 4 Schlauchpfeifen hat, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Außerdem kann es nur helfen, wenn der Shop auch noch Tradis da hat und eine gewisse Auswahl an russischen Pfeifen da hat. Und auch bei dem Beispiel seht ihr schon, nicht jeder möchte 300 Euro für eine russische Pfeife ausgeben. Und wenn ihr nicht zu der Kategorie gehört, kann euch das natürlich komplett egal sein, ob der Shop irgendwelche russischen Pfeifen für 400 Euro im Angebot hat. Nicht nur die Auswahl an den Shishas ist wichtig, sondern natürlich auch die Auswahl an Tabak. Das heißt, er sollte ein großes Portfolio an verschiedenen Marken haben, aber auch an verschiedenen Stärken. Das heißt, von hellen und sehr einfach zu rauchenden Virginia-Tabaks bis hin zu deutlich nikotinstärkeren Darkblend-Sorten sollte alles dabei sein. Auch da macht es sich natürlich gut, wenn eine große Auswahl an verschiedenen Ländern vertreten ist. Vielleicht ein Tabak aus Russland, was aus der Ukraine, was polnisches, aber natürlich auch ganz viele deutsche Marken, die da vertreten sein sollten. Da muss man aber natürlich dazu sagen, dass der Shisha-Shop da ans Gesetz gebunden ist. Weil nur Tabak, der eine Banderole hat, eine deutsche Steuerbanderole, darf auch in Deutschland legal verkauft werden. Was dann noch so alles nebenbei verkauft wird, das lassen wir mal außen vor. Und Shops müssen zwar eine gute Auswahl haben, was aber immer eine gute Wahl ist, ist bei SLG ein Abo dazulassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und selbst wenn es viele Pfeifen gibt und wenn es viel Tabak gibt, ist es noch essentiell wichtig, dass der Shop eine gute Beratung hat. Man kennt das Problem, man sucht einen neuen Tabak, man weiß nicht so richtig, was man will. Man läuft einfach mal in den Shop rein, man guckt sich ein bisschen um. Vielleicht sind das so ein bisschen die Bilder und die Artworks, die einen da ein wenig beeinflussen. Vielleicht hat man auch von irgendwelchen Freunden gehört, der soll ganz gut sein, den habe ich mal probiert, der ist nice. Aber vielleicht gibt es auch gar nicht das und ihr seid darauf angewiesen, dass euch der Berater, der Mitarbeiter aus dem Shop da was Gutes empfehlen kann. Und da habe ich einen sehr wichtigen Tipp für euch. Tabak ist einfach Geschmackssache. Ob euch etwas schmeckt oder nicht, ist vollkommen subjektiv. Vielleicht habt ihr einen Tabak, den ihr komplett feiert und alle eure Freunde sagen, nee, der ist total ekelhaft. Es gibt aber einen geilen Trick. Wenn ihr Tabak habt, der euch schmeckt, fragt doch mal den Shop-Mitarbeiter nach seiner Meinung zu diesem Tabak. Dann könnt ihr erstens gucken, ob seine Meinung mit eurer übereinstimmt, aber auch wie gut seine Beschreibung von diesem Flavor ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, okay, ich rauche gerne Love 66, das ist Mango, Maracuja, Wassermelone und Honigmelone und eine gewisse Küle, die noch dabei ist. Dann fragt doch mal den Shop-Besitzer oder den Mitarbeiter, der da ist, einfach mal, wie ist denn der Love 66 und was ist da drin? Und wenn dann nur ein, der ist gut, der ist fruchtig, frisch, so mit Melone kommt, dann könnt ihr vielleicht darauf setzen, dass das nicht die beste Beschreibung von diesem Flavor ist, die ihr jemals gehört habt. Keineswegs falsch, aber maybe eben auch nicht die beste Umschreibung. Und vielleicht ist das dann ein Indiz, wie gut die Beschreibung von diesem Shop-Mitarbeitern auch bei anderen Flavorn sein könnte. Wenn ihr euch aber, wie aus der Pistole geschossen sagt, der ist super, den rauchen sehr viele total gerne, das ist übrigens Honigmelone, Wassermelone, Mango, Maracuja und der hat auch noch eine gewisse Küle mit dabei, dann könnte das ein Zeichen sein, dass der Mitarbeiter Bescheid weiß, was Sache ist. Und genau dieses Spiel könntet ihr dann eben für eine Handvoll Tabaksorten spielen. Irgendwann wird wahrscheinlich auch der geduldigste Mitarbeiter keine Lust mehr haben, mit euch eine Tabakeraten-Challenge live in dem Laden zu machen. Aber potenziell könntet ihr soeben schon mal nachfühlen, ob er weiß, wovon er redet. Und hoffentlich weiß er das. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, den man natürlich beachten sollte. Bei Tabak zählt er nicht, bei Tabak müsst ihr den Preis auf der Banderole zahlen. Es darf in Deutschland gesetzlich keinen Rabatt auf Tabak geben, auch nicht irgendwie noch was dazugeben oder so. Das ist gesetzlich nicht erlaubt. Manche Shops machen das, freut euch drüber, nehmt das mit. Reden wir nicht drüber, gesetzlich ist es nicht erlaubt. Bei Pfeifen sieht das Ganze aber anders aus. Es gibt natürlich einen UVP von dem Hersteller, den er dann den Shops weitergibt. Und da werden die Pfeifen wahrscheinlich auch meistens anfangen. Allerdings könnt ihr natürlich gucken, ob ihr vielleicht noch einen Rabatt aushandeln könnt, was die Pfeifen online kosten oder was ihr vielleicht in anderen Shops bezahlt. Also da, wie bei allem, was man kauft, was jetzt nicht irgendwie ein Kaugummi für 50 Cent ist, einfach mal ein bisschen Preise vergleichen, in verschiedenen Läden gucken, vielleicht auch mal online gucken. Viele Shop-Mitarbeiter lassen da auch mit sich reden. Wenn ihr jetzt sagt, du hast jetzt die Breeze 2 hier im Angebot für 120 Euro, ich habe die online jetzt aber schon für 110 gesehen, kannst du nicht noch den 10er runtergehen? Dann machen das die meisten. Es ist ihm immer noch lieber, dass er die mit 10 Euro weniger Gewinn verkauft, als dass er sie gar nicht verkauft. Was für manche auch noch sehr interessant sein könnte, ist, wie schnell kriegt der Laden neue Sachen rein? Sagen wir mal, es kommt ein neuer Tabak auf den Markt und ihr wollt ihn unbedingt probieren. Dann ist es natürlich interessant, wie schnell hat der Laden das da? Wie schnell kümmert er sich drum, dass er die neuesten Sachen mit reinkriegt? Es ist natürlich richtig, dass man mit einer limitierten Ladenfläche maybe nicht alles holen kann, aber wenn euch dieser Punkt wichtig ist, wäre das natürlich schön, wenn ein Shisha-Laden auch die Sachen, die neu sind, schnell reinholt. Und dann gibt es noch ein paar andere Punkte, zum Beispiel, wie freundlich sind die Mitarbeiter zu euch? Fühlt ihr euch da wohl? Gibt es vielleicht eine Ecke, wo man Pfeife rauchen kann? Das ist in nur wenigen Läden der Fall, aber wenn es einen Laden hat, ist das für mich immer was sehr, sehr Cooles, wenn man sich auch noch hinsetzen kann und vielleicht mal eine Pfeife mit rauchen kann oder einen neuen Flavor probieren kann. Da gibt es dann halt noch sehr viele Sachen, die sehr subjektiv sind. Wie gut gefällt euch der Laden? Wie schön ist das aufgemacht? Und all solche Sachen, die da noch mit reinspielen. Aber die ersten genannten Punkte, wie ist die Auswahl, wie ist Preis-Leistung und wie ist die Beratung, das würde ich an erster Stelle sehen. Und wenn das gegeben ist, dann könnt ihr euch schon relativ sicher sein, dass das ein gescheiter Laden ist. Ich hoffe, die Punkte helfen euch ein bisschen dabei, einen guten Laden zu finden. Falls es bei euch in der Nähe keinen gibt und ihr darauf angewiesen seid, online zu bestellen, schreibt mich gerne mal an, wenn ihr wissen wollt, was gescheite Online-Shops sind. Ich habe da auch Listen, wo ich dann noch Rabattcodes und Gutscheincodes und sowas habe. Falls ihr Lust drauf habt, schreibt mir einfach mal auf Insta. Ich hoffe, das Video hilft euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.